So, da bin ich wieder. Das letzte Mal haben wir ja auseinander genommen, das Dorf, den Zyklopen. Denn eine Bauer ist doch immer drin. Ich weiß nicht, wenn ich den töten soll oder so. Keine Ahnung, aber der macht ja eigentlich nichts, ne? Dann lassen wir den mal. Schauen wir mal kurz durch. Da war was. Schnauft und tut. Das ist nix. Das passt. So. Okay, Cassandra. Was machen wir jetzt? Also. Unser Plan. Schaut dann aus. Jetzt haben wir das verstecktes Zyklopen auseinandergenommen. Okay. Da haben wir ein Häkchen dran, ne? Häkchen. Das haben wir kein Häkchen. Da müssen wir noch was schauen. Ah, irgendwann da haben wir wieder was. Stufe 3 sind wir auch bald. Sehr nice. Stufe 2. Ist natürlich besser als Stufe 1. Ein Speer. Okay, Level 5 haben wir da, ein Schwert. Okay. So. Okay. Beutel haben wir auch wieder was. Aktualisiert. Wo ist denn der Tempere? Wo ist denn der Tempere? Wo ist der Tempere? Wieder mal. Kausos Tempere. Mal Karte schauen. Kausos. Kausos da. Okay. Machen wir das nochmal. Machen wir unser Pferd. Reite hier nicht verfügbar. Super. Ist es jetzt verfügbar? Die ist nicht verfügbar. Danke. Los Kassandra. Go, go. Die Herren und Löwen haben gekillt. So. Jetzt ist wieder einer drin. Nein, nein. Geh weg. Lass mich denn raus? Komm, scheiß drauf. Zieh dich schnell. Komm, komm, komm. Lauf, Kassandra. Ui, 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 Kassandra, du machst Sachen. Und hier rauf. So. Ja, Kassandra. Sehr gut. Und dann ruf da, ruf da und ruf da. Dann runterschauen. Häuser. Rück dich. Schön verstecken. Warten. Geht jetzt essen. Ich glaube, der gönnt sich einen Snack. Wieder mal. Ah, jetzt kommt er. Oder? Komm schon. Schnucki. Mann. Oh yeah! Stufe 3! Durchsuch! Hoi Gravur! Schauen wir uns gleich an den Gang, oder? So, Inventare. Oh Gott, bewahre die langen Haare. Stufe 2. Ist der besser? Schlechter. Ist das so gewesen? Vielleicht? Nein. So. Stufe 1, Stufe 3. Ui. Dann können wir das zerlegen eigentlich, oder? So. Aufrüsten. Was passiert? So. So. Da haben wir Stufe 2. Okay. Stufe 4 haben wir noch nicht. So. Stufe 3 haben wir da was Schönes. Da haben wir 2 schöne Schwerter. 32. Okay. Kriegerschaden. 4%. Hoppla. 4%, 4%. Okay. Haben wir den da? Okay. Haben wir das? Können wir da schon was im Kopf ausrüsten? Leider noch nicht. Auch noch nicht. Schienbeintreter. Leider auch nicht. Bogen haben auch nicht. Leider. Fähigkeiten können wir skillen. So. So. Einen Punkt haben wir wieder. Warten Täter. Das haben wir schon gehabt. So. Wir brauchen eine starke Sache. Ich weiß nicht. Hm. Da wäre schon interessant. Wir brauchen glaube ich auch was. Irgend. Wohnen. Wohnen. Ich glaube das. Komm. Kleine für uns. Oh yeah. Okay. Okay. Durchsuchen. Cation Detach. Flamme habe ich schon. Oh. 393. Das geht schon dahin. Ist jetzt wieder ein Klebe drin? Nein. Aber. Schatz. Das Ding haben wir wieder. Hallo. Durchsuchen. Kassandra. Durchsuchen. 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 So. Können wir jetzt unser Kampffrost rufen? Da war was. So. Ah. Jetzt gehts. Das brauchen wir nicht. Nein. Ist auch nichts. Vorwärts. Vorwärts. Okay. Und dann, 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 dann. Wir müssen das mit den Dämpeln finden. Mit der Asche herumwühlen, wahrscheinlich. Aus dem Weg. Wunderbar etwas. No way. Weg da. Rüble ist unterwegs. Wie weit ist das? Warte mal. Okay. Ich liebe dich. 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 Ja. Da wollte ich ja gar nicht noch hin. Warte auf und davon. Angst mit einem Feenstorf. Das geht schon weiter. aus dem weg ganz ruhig ich will da unterhalb reinschauen leider nicht so ausgesehen so wo ist der temper da ist was las los da ist was das los mädchen was los das ist der tempel sollte ein schnaufen ja jetzt bin ich hier meditieren achten auf ihm mein schlauen buchschauen quest wo war das zeug drin beutel das ist abgehackt steht da ist abgeschlossen das ist das ist das ist das ist das ist Na ja, kann ja passieren, ne? Cassandra, das ist kein Modus. Okay. Cassandra, Pferdchen-Modus. Na los! Cassandra. Ah. Laufen wir dorthin. Für die Ölfahrt, so. Und los geht's. Ach ja. Es ist schon praktisch. Eigentlich nur das automatische Laufen. Wenn man keine Schnellreise noch aktiviert hat. Was ist das? Oh man. Ich sehe gerade. Schnellreise. Das ist ja auch so. Schnellreise-Punkt. Das machen wir auch unbedingt einen immer noch. Okay. Reiten wir dorthin. Mädchen. Was machst du denn da, Alter? Ei, 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 ei. Sind wir schon hier? Okay. Das ging ja flott. Reden. Seltenerin. Frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalinia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalinia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Creusa. Meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Ich muss euch töten. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Ja, was wir machen da. Ich habe vor nichts Angst. Jeder fühlt sich, äh, fühlt sich verheiden. Ja. Gesunder. Menschenverstand, sagst du schon noch ein bisschen, ne? Respekt gegenüber dem Hai, ne? Habt ihr ihre Zähne gesehen? Ja. Glaub mir, das haben wir. Und wir möchten sie wirklich nicht nochmal sehen. Dieser Hai versperrt uns den einzig sicheren Weg, Kefalinia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalinia. Kefalinia, der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Hm. Wer will mir den Kasperler helfen, oder? Ein bisschen öschlich. Ja, ich glaube, ein bisschen öschlich. Wenn sie so kostbar ist, warum sollte ich sie nicht einfach selbst behalten? Eine gute Tat? Eine Geste guten Willens? Um uns aus diesem Gemüsealbtraum heraus zu helfen? Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Es ist nicht diese Halskette, oder? Ich fand sie in den Ruinen von Kranie. Das ist sie! Das ist Progress Halskette! Wir können endlich weg! Nie wieder Gemüse! Wir beginnen ein neues Leben. Weit weg von hier! Ich weiß, wie das ist. Viel Glück! Ich weiß, wie das ist. Oh, 218. Cash? Ja? Fackle aufhimmeln. Ha! Ja? Feuer heiß! Buckele, bukele! Warte mal, was ist da gestanden? Mahamann! Ungenutzte Ausrüstung zu legen. Du hast ungenutzte Ausrüstung, um Gegenstände zu legen, um Ressourcen zu erhalten oder zu verkaufen. Laden. Ja, wo ist denn ein Laden? Reden. Reden. Ich will die Kette behalten. Meinst du nicht auch, dass sie mir stehen würde? Ich will die Kette behalten. Meinst du nicht auch, dass sie mir stehen würde? Wo gibt's denn da Händler? Gibt's da welche? Anscheinend nicht. Okay. Alles Gauner. Ja, mach's nur weiter. Kling, kling, kling. Zu auffällig. Buschka, Buschka. Na. Buschka, Buschka, Buschka. Buschka, Buschka. Pferderei. Wir holen unser Pferd. Amaranter. Los. Okay, wir müssen ein Pferdfeld ein und wieder reiten. Ist da jemand? Na los. Leute. Oh. Oh. Aaah. Zilli, oh. So, o Luke. Mann, Mann, reite ich einen Blödsinn zusammen, ne? So. Gleich seien wir dort. Oh, és schön um Ort. poof, oof. Baumstamm – schiff! Was? Das klingt ja nach Auftrag. Absteig! So. Ack March! So. Setzen wir uns hin. Setzen wir uns hin. Hint. Hallo. So. Icarus. Chuck, 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 Chuck. Uiuiui. Okay. Das ist ein Schiff. Und? Ein Pferdchen. So viel ginge sind es nicht, ne? Oh ja. Oh ja, den Krimer, den Krimer, den Krimer, den Krimer. Kill den. Ich bin ein Pferdchen. Da bin ich nicht mehr sicher. Da bin ich sicher. Okay. Nee, Pferdchen. Wo läuft denn der hin? Jetzt hat der Typ. Hm. Geht der jetzt wieder ganz weg? Was mit dem? Okay, das ist nur so ein Bauer, anscheinend. Okay. Es leuchtet hier, ne? Was ist das? Komisches Leuchten am Rand. Schatzkisten zieht hier zwei Stück, okay. Okay. Deswegen haben wir den nicht tun können, vorhin. So, nochmal einen Adler auspacken. Da ist nichts. Auch nicht. Okay. Nochmal. So. Was haben wir hier? Okay. Da ist der zweite Schatz. Hm. Und die? Der Schatz. Drei, vier. Pfläute. Okay. Wir müssen irgendwie killen, ne? Dun, 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 dun. Wenn anlocken. Ich bin ganz sicher, dass ich was gehört habe. Komm heran, da. Ich hab da keine Schüttetäsch. Sch, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich suche. Nein, 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 nein. Komm her, Dicker. Das sollte ich mir mal ansehen. Oh, ja. Das ist ganz, ganz was Tolles. Komm her. Ich hab da so ein paar M&M's für dich. Sehr gut. So. Ich suche. Ne, weiter, weiter. Oh, ja. Sieh mal nach. Das läuft ja wie am Schnürchen, ne? Pschsch, ganz ruhig. Ganz ruhig. Da kann ich schon ein bisschen Blumen dann, ne? So, so, so. Zack, zack, zack. Cash the Dash. Okay. Und, haben wir noch? Blöden. Okay, ich will mir Schatz bringen. Ah, den kann man gleich benutzen. Und. Ist das da? Okay. Sehr gut. Da haben wir was Neues im Beutel. Kampelnische Hölzer. Ja, 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 ja. Tja, ein Holtstück. Ich suche, was sonst noch's. So. Machen wir das jetzt am besten. Büsch. Ich bin nah genug. Du hast hier nichts verloren. Zack. Jetzt fehlt mir der Hund. Geil. pensst. Alles geste? Ich schuhe. Kampeln Sus? Bist du? Bist du? Bist du? Es fehlt ein Mittagarmführer. Den kleinen Burschen wüsst du mich nicht zwingen, oder? Sehr gut! Ja und somit haben wir das zweite Lager ausgeräumt. Gibt's da hinten noch was? Nein. Ah da vorne. Klimpern, Klimpern, Kassen, Klimpern, Klimpern, Klimpern. Blink, Kling. Wenn er denn langsam reich. Wo ist das nächste? Blin? Da. Klimpa, klimpa. Cash into dash. Da drüben, ne? Zo. Oh yeah. Da haben wir noch ein Bottich. Zo. Da haben wir noch zwei. Zo. Da gibt es ja richtig viel Loot, ne? Das ist ja richtig geil, ne? Das arme Mädchen, Cassandra, muss das alles mitschleppen. Alles. Zo. So. Kling, kling. Da. Drachmen, Drachmen, Drachmen. Ah, da fand ich noch was. So. Ja. Das war da drüben. Das war's jetzt, ne? Mit dem Lager. Oh ja. Pferdchen rufen. Nicht verfügbar. Jetzt aber, oder? Ja. Da hinten kannst du dich nicht rufen, aber du kommst von da hinten. Du bist ein super Pferd. Echt. So. So. Schauen wir mal. Das haben wir ausgeräumt. Maschieren wir da hinten. Los. Danke. Lassen wir uns wieder chauffieren. Lauf, kleiner Gefährte. Lauf, 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 lauf. Ja, was ist denn jetzt da? Hallo? Schwierigkeiten einsetzen? Was finde ich? Wieso hat der jetzt umgedreht? Warte mal. Was ist denn hier? Alter! Du brauchst keine Angst haben. Woha läufst du denn hin? Ja, du brauchst nicht spinnen. Naja. Aber wie immer weiches Leder wird. Du brauchst wieder mit. Schein, das ist wieder so ein Lager. Hoppala. So, wir verstecken. Icarus. Deine Mission beginnt jetzt. So. Hoppala. Icarus. Nochmal. Starten. Eine Schatzkiste. Holzfällerlager. Okay, die machen bald keinen Ärger mehr. Hinten ist auch wieder was. Okay. Achtung, da welche Ärger oder? Da ist ja keiner. Ah, ja, ja. Ich sehe schon. Vorhin ist echt keiner, ne? Hm. Warum ist da vorne keiner von denen? Da ist generell wenig los, ne? Normale Bürger. Das ist der Schläger-Trupp wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal. Er schläft. Okay. Naja. Kann man schon rein, ne? Brauchen wir keine Angst haben. Lieblings, die Kassandra. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ist echt kein Schwein, ne? So. Wen interessiert es, wenn keiner da ist, ne? So. Stehlen. Hier war es nicht. Lieblings. Lieblings. Gingling, gling. Hoppala. Das darf ich an ihm, ne? Ja. Ja. El Diablo. Easy. Okay, okay. Loco, loco. Gegenstände zum Stehlen sind hier. Will ich lieber nicht stehlen jetzt noch, am Anfang. Okay. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Okay. Ja. Ich hab doch was gehört. Nee. Witz. Ja, der mit ist. Komm mal ran da. Aufheben. Lol. So. Ja, sag jetzt auch, ne? Fakkel im Sturm, ne? Haben wir schon ausgeschafftet. Ja, ja. Okay. Okay. Old McDonald's head of farm. Eliminieren. Sch. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, doch. Ganz ruhig. Ist vorbei. Sch. Wer ist da? Hä? Wo ist denn der Schatz? Da. Mein Schatz. Mein Schatz. Hihihi. So. Kann man wieder anziehen? Neun Boots. Auf doch sehr. Oh ja. Langsam läuft's, ne? Ja. Mädel. So. Auf Stufe 5. Okay. So. Langsam schaust du aus wie ein Junge. Kann man einen Adler rufen? Holzfederlager haben wir erfolgreich geblindert. Ja. Da gibt's nix mehr. Okay. Pferdchen. Ja, ja. Ich bin klar wieder weg. Warte mal. Warte mal. So. Markieren. Los geht's. Ella. 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 Wir räumen nicht richtig auf. Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. warte mal. Es macht schon fun, das Game, ne? Werd ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Das ist für mich das erste Essens-Grid eigentlich. Für das andere habe ich nur so Videos gesehen und so Trailer. Ja. Warum bleibst du jetzt stehen? Faules Tier. Ach. Ok. Jetzt müssen wir da wieder... ...einen Adler... ...auftragen. Ok. Damals Schatz. So. Sind da irgendwelche bösen Menschen? Da, da, da. Checken. Ne, ne, ne. Ok. Scheint eigentlich friedlich zu sein hier, ne? Ja, was haben wir da? Ein Dreier Soldat. Ok. Jagdhund. Ok. Ok. Ah, ok. Da hinten sind die Gauner. Ok. Da hinten noch ein Schiffchen. Ein bisschen weiter vor. So. Was haben wir hier? Haben wir gar nichts. Da ist auch etwas. Ich weiß. Es ist nicht für ein Schiffchen. Es ist nicht... Da ist es nicht. Wie ist es? Da. Ich glaub, soweit ist das friedlich, ne? Ja, schauen wir mal. Na, los, komm. Los. Ne. Na, geh. Fährt. Es ist nicht wert. Wer die Sahne-Höhle gefunden hat? Machen wir mal ein bisschen dark. Meditieren. Und es fährt Licht. Und ich fall voll rein, ne? Ist egal. So. Unsere Loot-Session. So. Kann man da alles haben? Da oben ist noch was, oder? Da haben wir ein bodenloses Sprung gewagt. Nicht alle auf der Insel glauben hier. Könnt ihr den tiefsten da? Na, See. Küste. Wenn soll. Bauausmacht. Ja, okay. Das ist eine Wurzel. Wurzel. Wir haben richtig Cache und die Dash bekriegt. Hm. 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 Das ist immer was anderes, ne? Das ist mir aufgefallen. Wolfi. Stopping. Danke. Durchsuchen. So. Ja. Da hinten waren auch Banditen, glaub ich noch, oder? Nee. Da in der Gegend, ne? Hoppala. Ah, Ruck. Ah, powerspala. Ah. Ah. Fangen wir nochmal Ikarus. Wie schaut es aus? Sübster. Ah, safe. Keine, hier, ne? Das ist ein Staat, Leute, da müssen wir hin. Ein Schmied. Samy. Ein Tempel. Jetzt ein Plan, oder? Ein dicker Ort. Da ist eine Hölle. Da haben wir. Schatzbrüche noch vergessen, okay. Bisschen wir nochmal zurück in die Hölle. Hölle, 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 au. Keine Ahnung. Sprung muss ich noch üben. Mäh. Mäh. So. Hoppala. Ja, besser kann man nicht landen, ne? Nee. Nicht ins Wasser. Komm mal rein. Ist da ein Schatz noch? So ein Icarus vielleicht anfangen. Eins von zwei. Ja, boah. Hm. So hinten brauchen wir auch einen Schatz, ne? Oder mal. Ei, 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 ei. Da ist der Schatz. Da. Komm mal rauf da, Mutti. Da ist wieder der Wolf, der Böse. Ich muss anschleichen. Komm her. Komm her. Schau was hier ab. Schönes Leckerli. Hey Leckerli. das dorf So, jetzt haben wir da alles. Vorne ist jemand. Ja. Ja? Hoppala. Ja, was ist denn hier los? Geht die Party ab? Regiminieren? Ist so eine Wache, nicht so ein Mann, oder? Wer sagt das? Ja, das ist gut. Verquatschen wir mal? Hoppala. Wo ist denn der Schatz jetzt, ob ich so ein Kit habe, eigentlich? Hau rück. Leco mio. Wo ist der Schatz? Wo ist denn der Vogel? Da ist der Schatz. Okay. Machen wir unsere Blinder Party, ne? Ah, da kommen wir rein. Okay. Ah, da. Ah, da. Komm hier. Schauen. Ich weiß nicht. Oh, ne, oh, ne. Ah, da ist der Schmied. Wunderschön. Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Kaufen. Kaufen, hier kaufen. Was bringt denn das? das kann man verkaufen das aufrüsten es kann wenn es besser ist noch 32 stufe 3 teuer das sind die sachen aufbessern 32 32 wird man wieder das schwert ich rüste mal zurück jetzt sind hüfte torso ich weiß gerne was jetzt an ab 23 es war es besser 2 und billiger okay gravieren lassen wir kaufen so schönes gewöhnlich geben das können wir verkaufen das weiß ich noch nicht 43 können wir das was probieren ok auf mich 32 hat das jetzt aber den können wir verkaufen handelsgüter verkaufen was ist denn das ich weiß gar nicht so viel verkaufen kauf mal ne so 900 Tacken haben wir jetzt auf der Hand. Verbessern. Okay, 94 Leder haben wir. Ja, ich weiß noch nicht. Kaufen, sondern so ein Angebot. Das ist dumm. Hellen-Werklaas, ne? Ein Einhorn, ja sicher. Wieder gerne... Den kaufen wir einen Helm oder so. Gibt es da was hellenmäßiges? Gin, gin. Bis bald dann. So. Das müssen wir nochmal ausrüsten. In Vendare. So. Wieder das Schwert. Das ist... Das ist... Okay. Bögen brauchen wir noch nicht. Neu. Ein Drei, ja. Okay. Ein Drei ist passt. Okay. Schul. Passen auf. Du hast so... Sparen wir uns das Geld, ne? Schon so blauen. Seltene Handschuhe. Seltene Gegenstände. 8, 14. Neu. 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 So. Deswegen geht das nicht unter. So. Ein Beutelchen. Da haben wir unser nächstes... K... Rätsel, Kretzl, Kratzl. So. Entschuldigung. Das haben wir gelernt. Okay. Punkte zum Vergeben. Nein. Nein. Quest. Schul. Na, ein, drei. Okay. Alalalele. Lalalalu. So. Fogartel. So. Das ist ein Dissertalat. Zami. Zami. Ich hab's von mir mal einen Schuss mit ihm gelegt. Das ist hier oben. Ich bin ja bei euch. Ich bin ja bei euch, wenn du siehst. Ich bin ja bei euch. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin ja bei euch. Ich bin ja bei euch. Ich bin ja bei euch. Was ist denn hier? das vogel hallo so 7m das ist da oben was ist das? hallo? ich verstehe es gerade nicht muss ich auch nicht, so oben was haben wir da? was ist das? keine Ahnung ein Schatz auf auf keine Zeit Schatz, blündern das werden wir noch machen und dann werden wir eine kurze Pause wieder einlegen und runter Schwimmzug oben auf holen und runter schwimmen schwimmen wie eine Wieseler-Schlange Okay so okay ich habe mich geschreckt nach oben schnell 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 bevor die Haie kommen bevor die Haie kommen so laufen scannen dann doch mal was ding nicht vogel das sind doch Schätze ich das war's glaube ich so eine Runde schwimmen Da klimpert nichts mehr. So, haben wir das auch erledigt. Schwimmenkliniker sollen da schwimmen. Und wir hätten das Boot auch nehmen können. Na super. Nein, was soll ich? Schwimmen, 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 schwimmen. Schwimmst du? So, haben wir auch Zeugs? Tuck, 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 tuck. Deiner Freund. So, jetzt hier ein Schatz. Okay, sehr gut. Wir sind ja richtig reich hier. Schatz, du, wir haben ja schon gefunden. Geordnet. So. So. Das ist mein S-Räumen hier. Abgeschlossen. Das tut mir richtig gut. Das tut mir richtig gut. Kling, das klingt nach oben. So. Cash in the dash. Ich muss mir alles mitnehmen, bevor die Folge aus ist. So. Schaut da mal sauber aus. Haben wir gecleared. Ich muss sagen, ne? So aus. Da muss noch ein Wagen voller Zeug essen. Ach, hier. Okay. Oh. Fein. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.